Ich begrüße Sie zum Idiotentest. Wissen Sie, warum man den so nennt? Ja, bei mir stimmt alles hier oben. Geschieden? Ja, von Frauenführerschein. Was davon hätten Sie lieber zurück? Sind Sie jetzt mein E-Berater? Welche Farbe hat der Wald? Grün. Der Laubfosch? Grün. Bei welcher Farbe hält man an? Grün! Falsch! Fühlen Sie sich manchmal unmütig? Ja, nach dem 10. Bierchen. Mit Chin verletlichen Sie die Droge Alkohol. Schlimme Dinge werden durch ein Chin nicht besser. Heroinchen. Spritzchen. Schüsschen. Bayern München.